okay wann treffen wir uns wieder diese woche diese woche schaut bei mir ganz schlecht aus da kann ich leider gar nicht aber ich könnte nächsten donnerstag den ganzen vormittag donnerstag geht bei mir leider überhaupt nicht ich habe einen termin um 10 uhr am donnerstag das funktioniert und wie sieht es bei euch am freitag vormittag aus ja freitag wäre super ja bei mir auch ja echt okay ich kann aber erst ab 10 ist das zu spät für euch ja wann wie lange habt ihr zeit also ich habe bis zwölf ungefähr zeit ich müsste ungefähr um zwölf weg aber weil die anna kommt dann aus der schule aber ich könnte noch fragen vielleicht kann sie ein bisschen allein bleiben und judy du hast du länger zeit oder ich meine ich sollte auch um halb zwei spätestens heimgehen naja aber von 10 bis 10 bis 12 wir können ja ein bisschen länger aber okay ja ja und silvia bei dir ja das ja bei mir ja ja okay super dann nächsten freitag also am sechsten um 10 uhr ja bei der silvia okay okay ich habe schon aufgeschrieben gut gut ja 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 ja